Ich spiele Super Mario World und zwar nochmal von ganz vorne und diesmal gehe ich nämlich den richtigen Weg, so wie es sich auch eigentlich gehört. Genau, Dinosaurier landen. So, also zuerst nach links gehen, Yoshi's Island 1, erste Yoshi-Münze, oh, 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 Entschuldigung, was geht mir immer am Anfang, weil ich vergesse diese blöde, hässliche Rakete da. Oder Badrone, oder was soll das sein eigentlich, so ein Riesenteil. Blöder Dino, schießt nach mir, oh, ein Pilz, ja. Es ist ja lustig mit den Röhren, dass sie so tief sind. Nächste Münze, zweite. Ah, perfekt. Die Musik finde ich auch ziemlich gut. Erstmal da unten reingehen. Die Musik ist ja jetzt auch wieder ganz anders. Ah, eine Yoshi-Münze. Perfekt. Die dritte. Weiter geht's. Uh, die hat richtig rausgeschossen. Perfekto. Noch eine Münze. Und, wow. Die schießen einfach nach mir. Noch eine. So was aber auch. Bam. Ja, da läuft der eingedrückt weiter, der Dino. Ist einfach lustig. Ah. Das ist cool. So ein Zeug. Noch eine Münze. Ja, dem kann das nichts anmachen, ne? Doch, jetzt hat. Ich hasse diese Football-Player, oder was das für welche sind. Vor allem, wenn sie dann später diese Baseball-Bälle schießen nach einem. Diese Baseballs dann. So, jetzt gehen wir weiter nach oben. Yellow Switch Palace. Ja, ja. Weiß nicht schön, warum. Uh. Ey, nee, du sollst es nicht mitnehmen. So, eine. Jetzt kannst du die hier erstmal richtig abräumen, die Münzen. Uh. Schlaraffenland. Oh, ja. Oh, ja. Das ist nach einem Leben oder so. So. Wie errennt mir die Arne auseinander süß. So. Und bam. Ja. Genau. Ich hab diese Kästchen in Ausrufezeichen-Kasten umgewandelt. Oh. Hey, ja, ja. Ist ja gut. Nicht gleich ausrasten hier. Oh, ja. Speichern. Weiter geht's. Nach rechts setzt Joshis Island 2. Ich geh jetzt mal unten rum. Logischerweise. Ja, komm zu mir. Ey. Und? Und? Wer kommt hier raus? Ui, hallo, Kumpel. Joshi, mein Frosch. Frosch, weil er so grün ist wie einer. Ist ja eigentlich ein Dino, aber ist halt mein Frosch. Bam. Was? Er schießt sich selbst. So einer. Joshi. Ich hasse es in Joshi einzusammeln. Du kommst mit. Diese Viecher, ey. Ich bin auf den Mond geschossen eigentlich. Hey, komm mal raus. Ein Leben. Für mich. Ah, diese Mist. Was immer das auch für Maulwürfe sind. Sieht ein bisschen so seltsam aus. Ah, ja, genau. Wow. Oh nein. Doch, es geht. Ja, du gehst runter und wiffst noch da hoch. Dich angeln. Weil da ist noch eine Yoshi-Münze, genau. Uh. Jetzt geht's weiter. Perfekt gelandet. Ah, schau. Siehst du jetzt schon das erste Ausruf. Oh. Mistig. Ah. Nein, Joshi. Wie konntest du mir das antun? Joshi. Bei Fuß. Das hört immer nicht. Ah. So. Naja. Joshi. Oh nein. Ich brauch doch mal einen Joshi. 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 Oh. Ich bin zwar jetzt nur unten hindurch, aber. Naja. Ist ja egal. Weiter geht's. Ah, Joshi ist eigentlich in 3, genau. Oh, meine Lieblingsstellen. Ist aber eigentlich auch ganz einfach, wenn man das kann. Jetzt sind wir sogar mit dem Yoshi unterwegs. Jetzt sind wir da wieder Lehm. Lehm braucht man immer. Vor allem ich. Ich brauch voll viel Leben. Vorsichtshalber. Mitnehmen. Gut. Gut eingesammelt. Jetzt komme ich schon wieder bei der Wahrheit. Ne, noch nicht. Aber gleich. Okay, jetzt schaffe ich es auch so, ohne runter zu fliegen, wenn es in Ordnung dieses Ausrufezeichen testen. Das ist ja immer typisch, ne? Oh, Pauk mit dir. Das ist ja eigentlich auch ein ganz einfaches Level. Ja, schön, wenn sie noch, ja. Das war schon, ja. Das war ja einfach. Macht er noch Peace?